Andacht vom 13.04.2022 von Reinhard Hürtler Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla Lektionen von Josef Heute früh lag ich lange im Bett und dachte nach und betete. Ich schaute nicht in die Bibel. Meist lese ich ein bisschen in den Evangelien, aber heute lenkte mich der Heilige Geist auf 1. Mose 37. Das ist die Geschichte von Josef. Ich liebe die Bibel und habe mir inzwischen viel gemerkt. Als mich also der Heilige Geist bat, ab 1. Mose 37 zu lesen, wusste ich bereits, dass es um Josef gehen wird. Ich las langsam bis Kapitel 45. Dort kommt ein Schlüssel in der Geschichte von Josef. Wir können aus dieser Geschichte einiges lernen. Wir schauen oft bloß das Ende des Lebens eines Menschen an und denken, wow, welch ein wunderbares Leben. Aber wir vergessen dabei, dass der Mensch in seinem Leben durch einen Prozess gegangen ist. Viele Menschen denken, der neue Bund sei der Schlüssel für alles. Darin liegt ein Stückchen Wahrheit. Aber nur das Werk am Kreuz anzuschauen, das wird zur Religion. Es ist sehr wichtig, die Wahrheit auch anzuwenden. Wir müssen das, was wir erkannt haben, in unserem Leben anwenden. Gott ist nicht glücklich, wenn seine Kinder zwar alles anfassen, es dann aber kaputt machen. Ich kenne einen jungen Mann, der wirklich wusste, was er alles von seinem himmlischen Vater bekommen konnte. Aber dann hat er alles kaputt gemacht. Er hat inzwischen Buße getan und neu angefangen. Schaut, es gibt zwei Dinge, die Paulus konfrontierte, außer der Sünde in der Gemeinde. Denn das ist ja eh klar. Aber wenn wir die Paulusbriefe studieren, werden wir feststellen, dass Paulus besonders die Religion und die Verleugnung des Werks Jesu am Kreuz kritisierte und den Missbrauch des vollbrachten Werks am Kreuz. Wie? Wir können das Werk Jesu am Kreuz missbrauchen? Paulus warnte die Korinther, die Römer und die Epheser davor. Er konfrontierte das. Auch ich habe stark auf dem Herzen, immer zu predigen, dass Jesus alles ist und dass unsere Antwort auf das, was Jesus für uns tat, lebenswichtig für uns ist. Also, was hilft es euch, auf das wunderbare Lebensende anderer Menschen zu schauen, aber nicht ihren Weg anzuschauen? Das ist wesentlich und wir können daraus lernen. Josef begann nicht besonders gut. Aber er vollendete sein Leben wunderbar. Ich weiß, das war Gottes Plan für ihn. Gott wollte ihn benutzen, um die Menschen aus Israel zu retten. Aber aufgepasst, es war Gottes Plan, ist nicht die Begründung dafür, wie das Leben läuft. Denk darüber nach. Gott rief Mose sehr klar und sagte, das ist mein Plan. Doch weder Mose noch die Israeliten folgten dem Plan. Es gibt für Menschen immer die Möglichkeit, sich ganz anders zu entscheiden. Nur weil ein Mensch so läuft, wie es eben läuft, heißt das noch lange nicht, dass Gottes Plan genau so war. Nur wenn wir Gott gehorchen und den Weg mit ihm gehen, wird alles nach seinem Plan geschehen. Josef hat mit Gott zusammengearbeitet, deshalb hatte er gelingen. Schaut in Kapitel 37, Vers 2. Josef war der Sohn von Jakob. Er war mit seinen älteren Brüdern beim Schafehüten. Er befestigte die Pflöcke der Schafhürde. Und er lief zwischendurch zum Vater und erzählte schlechte Dinge über seine Brüder. Josef war kein besonders schlauer Bursche. Er redete schlecht über seine großen Brüder. Er vollendete sein Leben wunderbar, aber begonnen hat er nicht gut. Es gab Gottes Plan für sein Leben, aber er musste viele Dinge lernen. Wie viele Jahre vergingen, bis Josef auf Gottes Wegen ging. 13 Jahre, das ist eine lange Zeit, wenn man sich in Sklaverei befindet oder im Gefängnis sitzt. Josef verbrachte einen Teil dieser 13 Jahre im Gefängnis. Er begann sein Leben wirklich schlecht. Wenn man Brüder hat und dem Vater schlecht über sie erzählt, das ist falsch. Da musste er noch viel lernen. Josef war der Sohn eines alten Vaters, der ihn mehr liebte als die anderen. Der Vater machte ihm einen besonderen Mantel. Wenn man ein Teenager ist und andere Geschwister hat, Josef hatte elf Brüder und einige Schwestern, wenn man der Liebling des Vaters ist und der Vater ist so stolz auf einen, man bekommt sogar einen besonderen Mantel. Kein Wunder, dass Josef stolz auf sich selbst war. Er ging immer wieder von den Brüdern weg und erzählte dem Vater, was die Brüder tun. In der Bibel steht nicht, ob sie etwas Schlimmes taten. Wir wissen es also nicht. Aber Josef redete schlecht über sie. Vers 4 Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten nicht mehr friedlich mit ihm reden. Die Brüder hassten ihn, weil er der Liebling des Vaters war. Sie hatten ihrem Herzen erlaubt, Hass zu entwickeln. Deshalb konnten sie keinen Frieden mehr für Josef empfinden. Hass wird dein Herz so stark erfüllen, dass du über Menschen nicht mehr natürlich denken kannst. Begreife das. Ich hasse die Religion. Sie tut den Menschen so viel Böses an. Ich habe gesehen, wie sie Berufungen kaputt gemacht und das Werk am Kreuz verleugnet hat. Viele Menschen wurden verletzt. Doch ich erinnere mich, dass Gott zu mir sagte, du musst die religiösen Menschen lieben. Sie wurden so erzogen und wissen es nicht besser. Weil die Brüder ihren Herzen erlaubt hatten, Hass gegen ihren Bruder zu entwickeln, konnten sie nicht mehr mit ihm normal reden. Das beginnt immer so. Du fühlst dich von jemandem angegriffen. Da beginnt schon der Fehler. Du solltest dich überhaupt nicht angegriffen fühlen. Schon dem musst du entgegenwirken und sofort vergeben. Sonst folgt der Hass und dann die Rache. Wenn du dich also verletzt fühlst und nicht sofort vergibst, fühlst du dich in deinem Herzen angegriffen. Dann denkst du Hass und als nächstes hast du Hass im Herzen und dann möchtest du dich rächen. Was geschah dann? Josef hatte einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Der Traum war sehr deutlich. Seine Brüder sollten sich vor ihm verbeugen. Wenn du schon ein schlechtes Verhältnis zu deinen Brüdern hast, warum erzählst du ihnen den Traum? Das zeigt seine Einstellung. Gott in seiner Güte schickte Josef einen Traum. Er war für ihn gedacht. Er hätte ihn im Herzen bewahren sollen. Vers 9 bis 11 Josef hatte einen zweiten Traum. Diesmal verbeugten sich auch seine Eltern vor ihm. Seine Brüder waren sauer. Sein Vater aber behielt den Traum im Gedächtnis. Warum erzählst du einen Traum, der nur für dich bestimmt ist? Josef war 17. Damals galt er in diesem Alter als Erwachsener. Ihr kennt die Geschichte. Eines Tages schickt der Vater ihn zu den Brüdern, sie sehen ihn kommen und wollen ihn töten. Doch Ruben lässt das nicht zu. Stattdessen werfen sie ihn in einen Brunnen und Judah schlägt vor, Josef zu verkaufen. Sie verkaufen ihn und er geht als Sklave in dieses fremde Land nach Ägypten. Josef hat unglaubliches Glück. Kapitel 39, 2 Ein reicher Mann, Potiphar, kaufte Josef. Dann heißt es, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das ist ein Bild für die Güte Gottes und das vollbrachte Werk am Kreuz. Warum? Josef war arrogant und überheblich. Er machte viel falsch. Und trotzdem war Gott mit ihm. Josef war ein Sklave. Und Gott war mit ihm. Er war sehr erfolgreich, weil Gottes Gegenwart mit ihm war. Der Herr war mit Josef und er hatte gelingen. Ich liebe das. Das ist genau wie beim vollbrachten Werk des Kreuzes. Du hast nicht gelingen, weil es das vollbrachte Werk am Kreuz gibt, sondern weil du handelst. Josef war nicht erfolgreich, weil er irgendetwas gelernt hatte oder sich in der besten Phase seines Lebens befand oder weil er alles perfekt machte. Nein, er hatte in der Sklaverei gelingen. Ich erinnere mich, als ich zu predigen und zu lernen begann, ich war damals 19 und ich studierte viel, ich predigte, es ist kein Glaube, wenn man an Wohlergehen glaubt, wenn man es hat. Es ist nicht Glaube, an Heilung zu glauben, wenn man gesund ist. Das predige ich immer noch. Solange wir es geschehen lassen können, ist es kein Glaube. Wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden, wenn wir es nicht selbst machen können, dann kommt es darauf an, ob wir vollkommen auf ihn vertrauen oder nicht. Wenn wir im Gefängnis sind und der Herr dort mit uns ist und wir gelingen haben, das ist Erfolg. Ich liebe diesen Gedanken. Josef war in dem Haus von Potiphar und diente als Sklave und er hatte Gelingen. Und seinem Herrn ging es auch gut. Da habe ich einen Gedanken. Sollten wir nicht so arbeiten, dass die ganze Welt sieht, dass wir Gelingen haben? Die Geschäftswelt will heutzutage oft keine Christen einstellen. Sie bringen keinen Erfolg. Ich verstehe das und finde es traurig. Aber wenn du ein Christ bist, sollte es dir absolut gut gehen. Du solltest seine Kraft haben. Du solltest Gottes Stärke haben. Du solltest so viel gelingen haben, dass jeder Geschäftsmann dich anstellen will, weil du so viel Erfolg hast. Da war ein nicht ägyptischer Junge, der Gelingen brachte, weil Gott mit ihm war. Dann geschah im weiteren Verlauf etwas, was nicht besonders schön war. Die Frau von Potiphar wollte ihn haben, aber Josef weigerte sich. Sie hat seinen Mantel festgehalten und ihn gedrängt, dass er mit ihr schläft. Welch eine Möglichkeit. Sex mit einer der höchsten Frauen im Land. Das ist für einen jungen Mann eine große Chance. Warum widerstand er ihr? Jesus und das Kreuz gab es noch nicht. Warum sündigte Josef nicht? Warum lebte er sein sexuelles Verlangen nicht aus? Vermutlich spürte er das doch. Das war eine so große Gelegenheit. Das Motiv in seinem Herzen war, Kapitel 39, Vers 9, Wie kann ich gegen Gott sündigen? Er gab dieser Frau nicht nach. Nicht, weil er sich nicht sicher war. Nicht, weil er so schlau war. Nicht, weil er Angst hatte, was sein Herr dazu sagen würde, sondern er sagte, ich will nicht gegen Gott sündigen. Er hatte ein Wissen um Gott, der mit ihm ist. Deshalb landete er im Gefängnis. Schaut in Vers 21. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Warum holte Gott Josef nicht aus dem Gefängnis, wenn er doch mit ihm war? Josef brauchte eine Herzensveränderung. Er war ein arroganter Jugendlicher, dessen Einstellung verändert werden musste. Er war dort im Gefängnis und er hielt an Gott fest. Er war im Gefängnis, weil er an Gott festgehalten hatte. Es war ungerecht. Es wird Zeiten geben, wo du ungerecht behandelt wirst. Und Gott ist mit dir, auch wenn du ihm irdischen Unrecht erleidest. Es ist so traurig, wenn Christen Unrecht erleiden, weil andere Menschen ungerecht handeln. Es ist ihr erster Wunsch, diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen und aus dem Gefängnis zu kommen. Statt auf Gott zu vertrauen und ihr Bestes zu tun, kämpfen sie und sagen, das ist nicht gerecht, ich möchte hier raus. Und ich werde der Welt erzählen, was man mir angetan hat. Viel besser nehmen wir unsere Umstände so an, wie sie sind und gehen dort mit Gott. Gott benutzte die Umstände. Josef beschwerte sich nicht mehr über andere. Der Gefängniswärter merkte, dass Josef anders war und er machte ihn zum Herrn über die Gefangenen. Wie geht das? Ein Gefangener als Herr über die Gefangenen? Weil Gott mit ihm war. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Zitronenlimonade daraus. Das ist christliches Leben. Was geschah nun? Zwei Männer hatten einen Traum. In diesem Punkt war Josef leider noch so unreif wie früher. Kapitel 40. Sie schauten traurig. Niemand konnte ihre Träume erklären. Josef zeigte eine wunderbare Herzenseinstellung. Gott kann Träume deuten. Doch dann fügt er an, erzählt sie mir. Und sie erzählten ihm ihre Träume. Viele Christen beschweren sich nur über ihre Probleme, über ihr Gefängnis und dass sie keine Lösung sehen. Josef glaubte an Gott und seine Gegenwart im Gefängnis. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa elf Jahre vergangen seit dem Beginn der Geschichte. Zwei Jahre später kam er aus dem Gefängnis heraus. Josef war 17, als alles begann. Er war also jetzt 28 Jahre alt. Der Mundschenk erinnerte sich nicht an Josef, sondern vergaß ihn. So steht es in Vers 23. Alles war geschehen, wie Josef es gesagt hatte. Josef hatte begriffen, dass Gott mit ihm war, auch in den dunkelsten Momenten seines Lebens. Er hatte gedacht, das ist meine Gelegenheit. Die Menschen werden sehen, dass ich ein Mann Gottes bin. Ich werde hier rauskommen. Doch was geschah? Sie vergaßen ihn. Er musste im Gefängnis bleiben und wusste nicht, wie lange noch. Nun folgt ein anderer Traum im nächsten Kapitel. Der Pharao träumte. Jetzt erinnerte sich der Mundschenk an Josef. Der Pharao sagt zu Josef, Niemand kann den Traum deuten. Ich hörte, du kannst das. Schaut auf den Unterschied bei Josef. Er antwortet, Nein, nicht ich, sondern Gott wird dir eine Antwort darauf geben. Das ist der Punkt, den wir erreichen müssen. Johannes 15,15 drückt es aus. Ohne Jesus kann ich nichts tun. Josef wusste, dass er es nicht konnte, dass aber Gott durch ihn alles tun konnte. Josef wurde vom Pharao aus dem Gefängnis gerufen. Es wäre auch möglich gewesen, dass er das Problem des Pharao nicht lösen hätte können und zurück ins Gefängnis geschickt oder gedötet worden wäre. Josef hatte nun Glauben und Demut. Wir brauchen beides, um in Gott gelingen zu haben. Schaut in Vers 46. Josef stand vor dem König von Ägypten. Er hatte so einen unglaublichen Weg hinter sich, wo sein Herz verändert worden war. Die Träume im Gefängnis waren noch nicht das Ende für Josef. Wir reagieren manchmal abweisend. Rede mit mir über alles, aber nicht über deine Träume. Rede mit mir über alles, aber nicht über die Kirche. Hey, die Kirche besteht aus Menschen. Wenn du in deinem Selbstmitleid bleibst, wenn du weiterhin reagierst wie früher, wenn du das Alte nicht loslässt, dann wirst du nicht in der Gegenwart Gottes leben können. Hör auf, die Umstände anzuschauen und auf irgendwelche Menschen oder Umstände zu reagieren. Ich bin der Meinung, viele Menschen in der Bibel taten nie, was Gott für sie geplant hatte. Sie haben sich von Umständen oder von ihrem Schmerz oder von Menschen leiden lassen. Salomo, der weißeste Mensch, hatte ein schreckliches Lebensende wegen seines Herzens. Johannes, der Täufer, wenn er Jesus nachgefolgt wäre, wäre er nicht im Gefängnis gelandet. Mose, er durfte nicht ins gelobte Land mit einziehen. Viele Menschen werden Gottes Bestimmung nicht erfüllen, weil sie ihre Herzen nicht behüten. Jesus tat alles am Kreuz, aber ohne Veränderung des Herzens hilft das nichts. Ich erzähle euch aus dem überfließenden Leben, das ich genieße. Ich erinnere mich, dass ich lernte, auf das, was Gott zu mir spricht, zu reagieren. Ich höre es, ich schreibe es auf, ich mache es zum Teil meines Lebens. Gott sagte zu mir, Reinhard, ich möchte, dass du immer sofort reagierst, wenn etwas nicht so läuft, wie du es möchtest. Wenn dir etwas nicht gefällt, achte auf deine Einstellung. Frage dich sofort, was kann ich daraus lernen? Was kann ich aus Ungerechtigkeiten im Leben lernen? Ich kämpfe nicht gegen das Unrecht, gegen das Gefängnis, gegen alle, sondern ich frage mich, was kann ich aus dieser Situation lernen? Gott schickte Josef nicht in die Sklaverei oder ins Gefängnis. Seine Brüder und Potiphar taten das. Das war falsch und ungerecht. Gott sagte nicht, Josef braucht 13 Jahre Elend, damit sich sein Herz verändert. Es gibt Menschen, die auch 13 Jahre durch schwierige Situationen gehen, der eine ist verändert, der andere nicht. Es ist nicht Gott, der Josef 13 Jahre lang ein Schlimmes antat. Die Menschen taten es. Aber am Ende stand Josef vor dem Pharao und dann vor seinen Brüdern und da musste er seinen Charakter beweisen. Ihre Herzen hatten sich nicht verändert, aber Josefs Herz hatte sich verändert. Sie erwarteten, dass er sie wieder arrogant und verletzend behandeln würde. Schaut in Kapitel 45, Vers 5. Josef sagte, Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch darüber keine Gedanken. Gott hat mich euch vorausgeschickt. Er war sehr klar. Ihr habt mir das angetan, aber Gott hat alles gut gemacht. Pass auf! Je schlimmer deine Erfahrung ist, die du machst, desto mehr musst du auf dein Herz achten. Bist du arrogant oder demütig wie Josef? Und wenn Menschen böse zu dir waren und dich hassen, entscheide dich nicht, das Opfer zu sein. Schau, die Brüder hassten Josef immer mehr. Ich sage dir etwas. Ein Opfer ist niemand, der misshandelt wird, sondern jemand, der sich entscheidet, Opfer zu sein. Sie waren ungerecht zu Josef. Erst seine Brüder, dann die Frau von Potiphar und auch der Mundschenk. Doch Josef entschied sich, kein Opfer sein zu wollen. Seine Herzensentscheidung ließ Gott groß werden. Er hatte sich entschieden, Gott machte alles gut. Erinnert euch, was Menschen böse meinten, machte Gott zum Besten. Wenn du das Herz hast, ihm zu vertrauen, glaube an ihn, halte fest an ihm und das Beste geschieht. Es gibt Menschen, die heute zuschauen und gerade im Gefängnis sind. Hört auf, euch zu beschweren. Hört auf, allein anderen Schuldzuweisungen zu machen. Hört auf mit eurem Hass und eurer Opferhaltung. Mach besser dies. Vergib. Lass alles los und sag, ich bin für den Thron bestimmt und danke Gott dafür. Er hat das Beste für mich geplant. Ich werde nichts mehr gegen den Sieg des vollbrachten Werks des Kreuzes tun. Danke fürs Zuhören.